im kurzen video der zweite braten im letzten video habe ihn ja gewürzt und einvakuumiert das war gestern und den anderen braten von gestern habe ich heute mein arbeitskollegen mitgebracht und ja die waren so begeistert und freuen sich morgen auf den braten ja hauptsache er wird gegessen gut kohlen glühen schon vor wir gehen gleich dann raus so leute im prinzip exakt das gleiche set-up wie gestern naja zumindest fast der braten ist anders gewürzt genau jetzt auch gleich hier mit drauf ja heute war ich ja mal mit mesquit smoke pellets hier habe ich sehr gerne schmeckt sehr geil ja genau Deckel zu ab geht die wilde fahrt ja pellets leer gut und fängt schon zum rauchen an jawohl wir sehen uns wieder wenn das ding fertig ist ich werde wieder mit der kirschgläs glasieren ja mehr ist im moment nicht dazu zu sagen außer dass es gut zum rauchen anfängt so leute dann mache ich mal hier das verrasenlicht an jetzt ist es dann gleich soweit vorher habe ich gerade kate gemessen kurz vor 70 grad einmal geglässt so sieht das ganze teil jetzt aus ja und in der nächsten szene sind wir dann schon drin und tun anschneiden so freunde jetzt noch den schnellen anschnitt dann ein stückchen ab in den hals und schon sind wir mit diesem video wieder fertig ja ich würde mal sagen der sieht mal genauso gut aus wie der gestern jetzt würde mir mein schatz gleich noch ein stückchen abschneiden davon ich kann immer wieder nur sagen so ein schneller schweinenacken nur als braten gegrillt eine feine sache leute macht es auch mal wieder und lasst es euch schmecken wir sehen uns dann im nächsten video was wir machen noch keine ahnung wir werden sehen ich lass mal was einfallen wir sehen uns dann wir sehen uns dann